Herzlich Willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema LibreOffice, Makros für den Import herunterladen. Makros stehen auch zum Herunterladen zur Verfügung. Einige Makros werden in Dokumenten, manche als reguläre Dateien, die Sie auswählen und importieren müssen und einige als Makro-Tags bereitgestellt, der in die Basic IDE kopiert und eingefügt werden soll. Verwenden Sie Extras, Makros, Makros verwalten, LibreOffice Basic, um den Dialog LibreOffice Basic Makros zu öffnen. Wählen Sie das Makro, um es zu bearbeiten, zum Beispiel Test 2 aufgenommen, LibreOffice, und klicken Sie dann auf Bearbeiten, um das Makro in der Basic IDE zu öffnen. Einige Makros finden sich auch als kostenlose Downloads im Internet, und zwar zum Beispiel auf den Seiten wiki.documentfoundation.org.makros oder auf pitoniak.org, ooo.php oder auf der Seite oooforum.org oder bei forum.openoffice.org Das war User Power from Open Screencast. Ciao und viel Glück! .